Im Dreiländereck Italien, Schweiz und Österreich, zwischen Tirol und Südtirol, liegt ein besonderes Juwel. An einem geschichtsträchtigen Ort, wo ein weltbekannter Kirchturm geheimnisvoll aus dem Wasser des Reschensees ragt, da liegt Schöneben. Tief verschneite Hänge und ein Ausblick auf die Ortlergruppe, die Viertausender der Alpen, sind das Markenzeichen dieses Skigebiets. Im Skipassverbund Skiparadies Reschenpass, der grenzüberschreitend drei Skigebiete umfasst, Nauders in Tirol, Schöneben und die Haideralm in Südtirol, warten insgesamt 120 Pistenkilometer auf Skifahrer aller Klassen. Dank der günstigen Höhenlage zwischen 1500 und 2850 Metern und einer leistungsfähigen Beschneiungsanlage ist das Wintervergnügen in Schöneben dauerhaft bis ins späte Frühjahr gesichert. Das Skiparadies am Reschenpass zählt durch seine überdurchschnittlich vielen Sonnentage zu den Favoriten bei Genuss-Skifahrern. Dementsprechend positiv ist auch das Echo der Gäste. Von den Gästen geschätzt wird vor allem auch die bestens präparierten Pisten. Die Abfahrten in der Skiarena Schöneben sind aber nicht nur sehr gut präpariert, sie werden auch zur Sicherheit unserer Gäste kontrolliert. Dafür sorgt der Pistenrettungsdienst in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsbehörde der Carabinieri von Reschen. Im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet sind nicht nur die Pisten in Schöneben. Das Service fängt schon auf dem Parkplatz an, wenn man von Gabriel Eberhardt, dem freundlichsten Parkwart der Alpen, mit einem Lächeln eingewiesen wird. Auch das Bahnpersonal war den Testern eine Auszeichnung wert. Wer schon einmal in Schöneben war, weiß von der Herzlichkeit und vor allem vom Engagement aller Beteiligten und kommt daher immer wieder nach Schöneben. Getreu dem Werbeslogan Schöneben, eben schön, sind die Mitarbeiter stets bemüht, unseren Gästen einen unvergesslichen Skiurlaub zu gestalten. Wer das Skifahren oder Snowboarden erlernen will, der ist in der Skischule Reschen bestens aufgehoben. Zum Perfektionieren seines Könnens findet man hier ebenfalls die richtigen Professionisten. Damit die Erwachsenen einen unbeschwerten Skiurlaub genießen können, wird in der Skischule eine ganztägige Kinderbetreuung angeboten. Im Skikindergarten direkt neben der Piste können die Kleinen zwischendurch pausieren und nach Herzenslust spielen. Mit fünf modernen Aufstiegsanlagen fahren sie schnell und bequem ins sonnige Skiparadies Schöneben. Für Skigenuss pur sorgen abwechslungsreiche Pisten. Egal ob Anfänger oder Profi, Boarder oder Carver, jeder findet in Schöneben die perfekte Abfahrt. Denn ausgedehnte Carvinghänge gehören ebenso zum Repertoire von Schöneben wie selektive Abfahrtsstrecken und Anfängerpisten. Der neue professionell errichtete Snowpark Schöneben bringt viel Abwechslung und Gaudi in den Skitag. Aber nicht nur Skifahrer kommen in Schöneben auf ihre Kosten. Das Royental ist ein Paradies für Skitourengeher und Varianten-Skifahrer. Zum perfekten Tag im Schnee gehört auch ein stärkendes Essen. In Schöneben findet man an unterschiedlichsten Orten eine wunderbare Mischung aus Tiroler Schmankerln und italienischer Küche. Bei Musik und guter Stimmung und bei einem hervorragenden Essen kann die Mittagspause schon etwas länger als geplant dauern. SKI – Skifahren, Kunst, Information – so heißt das Motto im gesamten Skigebiet. Dabei kann sich der Interessierte über Pistenpflege und Gerätschaft informieren oder Wissenswertes über die Sicherheit auf den Abfahrten erfahren. Der Urlaub in Schöneben bleibt auf jeden Fall unvergesslich schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017